Jo, schönen guten Tag, willkommen zurück hier in Schottland. Der ERA ist wieder da und die Schotten sind im Krieg. Wir müssen den Krieg gegen Japan führen. Da sind jetzt auf jeden Fall Kampfflieger. Nö, nix. Weil Japan unseren Stadtstaat Brüssel angreifen wollte und da ist dann vorbei. Da ist es nicht mehr lustig. Da müssen wir dann auch intervenieren. So, wie sieht es denn aus? Kampfpanzerarmee. Die Mechanisierte, die lassen wir jetzt erstmal hier stehen. Und ja, mit den Panzern ziehen wir mal davor. Ich denke, hier werden wir das mit den Bombern gut in den Griff kriegen, denke ich. Das sollte gut funktionieren. Danke, Schott. Nö, Bach. Nö, das kann ich mir gerade nicht leisten. Das tut mir leid, mein Freund. Das tut mir gerade leid. Jetzt hat er seine Kampfbomber wieder dahin verlegt. Ich denke nie an die Zukunft. Sie kommt schon früh genug. Können wir Politik... Nee. Unsere Allianzen sind abgelaufen. Den können wir befördern. Das machen wir auch. Gegen Anti-Luft. Gegen Einheiten der Jägerklasse. So. Hier müssen wir mal wieder die Freundschaft verkünden. Und eine Allianz aushandeln. Eine Forschungsallianz. Ist okay. Wir müssen mal mit den Sulu dann auch mal ein bisschen in den Handel kommen. Das denke ich. Und... Ja, geht nix. Geht nix. Dann ist es so. Wir machen mal wieder eine Zukunftsausrichtung. Und wir haben die Gouverneursbeförderung. Ähm... 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 So, die sind wieder im Dienst. Diese muss ich neu zuweisen. Das habe ich das letzte Mal schon verpasst. Das habe ich das letzte Mal schon verpasst. Roxburgh. So, und dann können wir noch einen befördern. Hm... 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 Ich glaube, wir werden hier trotzdem den Außenhandel auch nochmal machen. So, und jetzt werden wir trotzdem bombardieren. Auch wenn das jetzt mit den Jägern natürlich ein bisschen anders läuft. Das werden bestimmt gleich Jäger. Nö. Die Jäger machen nix. Na, dann können wir weiter bombardieren. Ui, das prügelt schon ganz schön rein. Müssen wir mal das Maschinengewehr hier hinterholen. Die Panzerarmee, die kann ich immer noch nicht. Was ist denn mit meinem Geld los? Die wollen wir aber jetzt mal hier hinter. Weil hier kommen tatsächlich signifikante Truppen. Das sind Musketiere. Naja. Okay, was machen wir denn hier? Äh, Quellen wir schaffen. Machen wir erst mal das. So, Kyoto. Ja, hier müssen wir jetzt wieder ein bisschen Gold klauen. Das ist jetzt einfach dran. Und die Panzerarmee. Ja, die lassen wir erst mal hier stehen. Die Kampfpanzerarmee, die fahre ich jetzt mal vor. Kann ich die tauschen hier? Sehr gut. Dann machen wir das nämlich so hier. Das ist gar nicht schlecht. Dann kann ich die immer im Wechsel da in dieses Teil reinfahren. Das ist okay. Wählt eure Freundschaften weise, aber wählt. Ja, habe ich doch, mein Freund. Ich habe ganz viele Freunde. Im Vergleich zu dir. Oh, der hat Blue Jeans hat da. Ein Porträt von Rembrandt. Der hat auch echt nichts mehr zu holen hier. Aber Blue Jeans wären tatsächlich ein Thema. Das machen wir doch. Das ist ganz geil. Blue Jeans nehme ich. Die verschanze ich jetzt da einfach mal. Wenn wir mal Adelaide einnehmen hier. Alter, die Bomber sind schon echt krass. Ne, immer noch nichts zum Beschießen da. Aber das ist okay. Der Versorgungskonvoi muss warten. Die Panzer müssen auch warten. Naja, das mit der Artillerie, das ist nicht so richtig der Knaller. So richtig reinrotzen tut es eben nicht. Jetzt plündern wir uns mal ein bisschen ein. Aber ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Geld. Geld regiert die Welt. Dann müssen wir uns ja heute mal ein bisschen was plündern. Da haben die den Krieg angefangen. So, wo du wartest bitte. Roxburg. Dann bauen wir mal ein Aquarium. Wir müssen jetzt mal ein bisschen für Annehmlichkeiten im Reich sorgen. Naja, ihr könnt da ein bisschen schießen, aber es wird euch nicht so richtig vorwärts bringen. Da kommen wieder die Jäger, aber irgendwie machen die nichts. So, jetzt haben wir hier noch eine Kampfpanzerarmee. Bombardierung läuft. Kampfbomber. Ich glaube, wir bombardieren mal Hobart. Weil da oben, das sieht ja schon richtig gut aus. So, wer bist denn du? Mein neuer Archäologe. Na ja, mein Umweltschlosser kriegt eben auch nichts auf die Reihe. Sehr gut. Komm, mach sie kaputt, die Stadt. Dann werden wir mal die Panzer einmarschieren. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Spion getötet. Artefakt ausgegraben. Handelsweg. Haben wir wieder ein Meer? Sehr schön. Nee, die Stadt geht mal nicht in Australien. Die Stadt wird behalten. Und was haben wir denn hier? Aquacenter. Hm. Da, wo man die Schiffswerft. So. Antik. Schon Kürten und Barbarenland. Äh. Ein Speer. Sehr schön. Warum kann ich den nicht wählen? Geht nicht. Hm. Na gut. Okay. Was machen wir denn hier Lustiges? Ja, wir reparieren das mit dem ganzen Kram. Sehr, sehr schön. Gut. Saladin hat Frieden geschlossen. Ja, in Hoppert wird es jetzt tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen ernster. Aber da werden wir jetzt die Bomber hinschicken. Da werden wir die Bomber hinschicken. Das wird... Vorwärts braucht Wohnraum. Der Kampfpanzer kann befördert werden. Gegen Einheiten in Bezirken. Machen wir das mal so. Sterling. Gibt's denn? Mondlandung. Start. Das machen wir. Wenn wir mal die Mondlandung bauen. Dann die. Haben wir mal ein Amphitheater. Müssen wir so ein bisschen Annehmlichkeiten machen. Hier gibt's noch was zum Ausgraben. Ja, das ist jetzt... Also das ist... Das läuft besser als der letzte Krieg, muss ich sagen. Gegen die Kriege. Aber wir sind jetzt auch noch einfach ein Stück weit besser vorbereitet. Und die Bomber sind halt echt krass. Also da geht Richtstabhank ab. Da geht schon tüchtsch was. Besser als die ganze Zeit hier mit einer komischen Artillerie-Armee draufzuballern. Also da geht's noch ein Stück weit weiter. Tja, dann müssen wir mal schauen. Wenn wir die Flotte noch rankriegen würden, wäre halt ganz nett. Die Flotte könnte dann auch irgendwann mal langsam auftauchen hier. Das wäre eine schöne Geschichte, weil die Japaner hier, die haben sich echt, wenn man sich das anguckt, die haben sich übel breit gemacht. Die haben den ganzen australischen Kram übernommen. Wenn wir hier ein bisschen rankommen, dann sieht das gut aus. Ich denke, dann könnten wir hier echt was reißen. Müssen wir mal ein paar Schiffe noch bauen. Ich hätte gerne ein paar Flugzeugträger. Gott, was ist denn jetzt los? Inquisition. Okay. Oh, wir haben eine große Persönlichkeit. Ein großer Musiker. Unbedingt. Quellen erhalten. Sehr gut. Und wir können eine Beförderung aussprechen. Landeinheiten. Ja, ich habe den falschen Weg gewählt übrigens. Ja, so sieht das aus. Öff, öff, öff. Was mache ich denn hier oben? Außenverteidigungsreparatur machen wir jetzt erst mal. Und jetzt ist Hopper dran. Zwei Bomber, eh, alter. Jetzt ziehen wir mal in Melbourne und bauen jetzt erst mal hier auf. So, jetzt schauen wir mal. Der ist raus. Der ist noch dran. Gut, und dann werden wir mal hier die mechanisierte Infanterie angreifen. Sehr gut. Hahaha. Oh, 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 oh. Die haben wir ja richtig herangenommen. Dann gucken wir mal, ob wir da reinkommen nach Hopper. sehr schön sehr schön ja die behalten wir das müssen wir hier machen hobert ja dann machen wir alles mit die außenverteidigung und dann haben wir hier einen großen musiker wo kann man dich denn hinschicken habe ich denn ich habe doch bestimmt noch irgendwo in klätzleien frei oder das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd habe ich noch ein kunstmuseum habe ich auch nicht ja dann muss man mal kurz warten der kollege der muss kurz warten bis die sendemasten gebaut sind so und jetzt geht es los zur mondlandung alter sehr schön die mondlandung habe ich jetzt fast historisch exakt nachgebaut würde ich behaupten 1965 ein bisschen eher ich denke nie an die zukunft sie kommt ja ok warum erst mal was bauen jetzt einen händler den händler kaufe ich moment händler kaufe ich und dann wäre jetzt die frage lebensmittel plus drei nahrung plus vier tourismus machen wir das das sieht doch gut aus da müssen wir echt mal noch ein paar bombe bauen ja yokohama wir könnten dann natürlich erst mal ein bisschen frieden machen aber jetzt gerade ist ja der vormarsch also unaufhaltsam um es mal nicht zu formulieren so dann graben wir mal wieder was aus katharina de medici schon gehört denn machen wir mal katharina de medici renaissance fresco können nur aus vollen entnommen werden alles klar dann ist es so ja du kannst mir noch eine weile blöde kommen mein freund dann komme ich zu dir auch noch mal alles klar da war sie jetzt fand es jetzt nicht so cool dass ich dort ausgegraben habe ok stockholm freunde was ist denn jetzt los das geht nicht das geht nicht das geht nicht geht nicht geht nicht geht nicht geht nicht warte mal was haben die für eine aufgabe religiöse bekehrung moment ne 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 roxburg zack du musst warten habe noch nichts ein ne 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 nehmen wir den da der sieht gut aus so einheit bin ich befehle randalt geht mir hier unten noch mal was plündern du gehörst doch hier dazu oder so kommt also dass man erstmal in der verschanzung die drohne hat eine runde frei und du kannst mal sagen wir das läuft war so dann ziehen wir mal unsere flotte weiter und ziehen gerne melbe und der japaner ist aber verdammt ruhig das wundert mich ein wenig das wundert mich tatsächlich so ein bisschen wie geht es meinen freunden in brüssel ja die sind tapfer die sind tapfer das mit der naturforschung gebe ich auf das funktioniert leider ähnlich so wie ich das gern hätte so ja die runde ist vorbei ja 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 so um wie nun ja dann macht doch mal eine freundschaft mit mir du nase finde ich mir so schlecht wir könnten das ruhig machen ich kann mit dir gut auskommen können wir mal gucken kriegen wir hier irgendwie ein abkommen in frieden erzahlt wie bekloppt ich hätte gerne das nimmt da auch noch und das macht er mir da ist er dabei da ist er auch dabei dann machen wir das ja dann ist frieden meine freunde so sieht das aus dann ist jetzt frieden und zwar was für ein frieden vor alter was ein frieden dann die heddington allianz ist abgelaufen da können wir mal gucken hier so könnten wir doch schnell eine freundschaft okay also saladin mag uns nicht mehr okay hier geht keine allianz das ist natürlich ärgerlich kunstmuseum oder kunst oder archäologisch dann machen wir noch ein kunstmuseum so so jetzt aber gut ihr lieben ich sag vielen dank ich überziehe hier regelmäßig vielen dank fürs zugucken die einnahmen sind enorm unsere gouverneure können gefördert werden das finde ich jetzt nicht so wichtig was machen wir hier das finde ich gut wo stehst du denn gerade edinburg ja die edinburg ist gut da gibt es zwei städte die jetzt loyalität verlieren irgendwann das finde ich ganz nett gut also das war ja ja schon durchaus ein etwas größerer krieg der aber durchaus gut durchging muss ich mal festhalten was ist denn das hier was haben wir denn jetzt hier noch bekommen robot na werden wir sehen gut ich sag vielen dank fürs zugucken ja und bis zum nächsten mal ciao ciao der ära